Wohnen im Herzen des Hausrockviertels. Eingebettet im Trattnachtal liegt die Stadtgemeinde Grieskirchen. In der Trattnach-Arkade errichtet das Unternehmen LAWOG derzeit eine mehrgeschossige, barrierefreie Wohnanlage. Mit dem nun vorliegenden vierten Bauabschnitt wird das Bauvorhaben im Februar 2025 abgeschlossen. Insgesamt entstehen hier 58 geförderte, leistbare und hochmoderne Mietwohnungen zwischen 55 und 83 Quadratmeter Wohnfläche. Einige wenige Wohnungen sind noch verfügbar. Die in Massivbauweise errichteten Gebäude sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Wärme- und Warmwasserversorgung erfolgt über die wohnungseigene Wohnungsstation, welche im Bad bzw. WC angeordnet wird. Die Beheizung der Wohnungen erfolgt über eine Fußbodenheizung. Die Wohnungen werden mit dezentralen Lüftungsgeräten, mit Wärmerückgewinnung in den Wohnbereichen sowie Schlaf- und Kinderzimmer be- und entlüftet. Zu jeder Wohnung gehört ein oder zwei PKW-Abstellplätze und ein großzügiges Kellerabteil. Alle Wohnungen besitzen Balkone oder Eigengärten. Die Stadtgemeinde Grieskirchen zählt rund 5000 Einwohner, aufgeteilt in zwölf Ortsteile. Eine gute Verkehrsanknüpfung ist durch die Lage an der B137 gegeben, welche durch die Stadtgemeinde führt. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, mit einer der Postbuslinien oder mit dem Zug vom Bahnhof Grieskirchen-Geisbach in die umliegenden Ortschaften abzufahren. Ausgestattet ist Grieskirchen mit allem, was eine Gemeinde lebenswert macht. Für die Bildung sorgen eine Volksschule, zwei technische Mittelschulen, die HTBLA Grieskirchen, eine Polytechnische Schule, das Borg Grieskirchen und die LMS Grieskirchen. Mehrere Apotheken, Allgemeinmediziner, Fachärzte sowie das Klinikum Welsgriskirchen sind für die Gesundheit der Einwohner verantwortlich. In der Freizeit kann man die schöne Natur entlang der Trattnacht direkt vor die Haustüre genießen oder eines der zahlreichen Sportangebote in Anspruch nehmen. Ein Freibad und ein Beachvolleyballplatz verbinden Sport mit Gesellschaft. Zur Erholung lockt der benachbarte Kurort Bad Schallerbach. In den Sommermonaten lässt der Wassererlebnispark Aquapulco dort keine Wünsche offen. Grieskirchen, die Stadt zum Leben, im Wohnpark Trattnach. Infos dazu auf www.lavok.at